Es sind Machinen Die kommen auch noch auf den Zug Ah, Stufe 45 3 Meter, Alter Sich verarschen Du hast noch gekillt? Ja, hab ich Was denkt er sich? Kommt sie her Junge, das Verband, was du mir verbraucht hast, nehme ich von dir Wir banden Sonic Minus 3, 3, 5 Ich trage L3, 3T genug für mich Los 74 Vorscha Los 44 Das hat euch Das hat euch Die 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 Es ist einfach noch 5 bis 6, weiß ich was. Und noch 4 Salahrecks. Löwmann bist du! Ich treffe die scheiß Bots dahin, finde ich. Ich treffe das Wasser. Ich treffe mich. Ich treffe das Wasser. Erste Brühoff. Ich hab den Auto, Steffen. Hast du ein Auto? Ja, ich hab den Typo mitgebracht. Er hat ihn auch gehörter. Jetzt hab ich ihn mitgebracht. Also, er war schon bewusstlos, aber... Oh, die Klaus sieht auch nicht mehr allzu gut aus. Ja, kann ich jetzt verfahren jetzt. Wie bist du? Ähm, die sind großen Landübergang gezogen. Rücken wir da wo. Werfen? Ne, der große Landübergang. Aber die kann also nicht so laut, ey. Das ist gut. Aber hier steht ein Wall. Da steht ein Wallsnecken. Das kommt jetzt. Wetter? Ja. Ja, fahr. Aber... Schritt über den Offroader. Kannst du nicht mehr sich das abbauen? Nein, nein. Aufroader gefällt mir nicht besser. Ach so, ja. Fahr mal Aufroader, ist mir egal. Aufroader war nur zwei Plätze, ne? Ja, das können wir doch eh nicht. Ja. Der Marschall, der Marschall dir nur relativ gut, ja. Ja. Nein. Der Wind. Der Wind. Ja, ja. so ein kleines Loll, der Arzt-Zombie, ne? Ey, jetzt stirbt doch mal! Scheiße. Die sind in der Welt gar kein Auto mehr. Was passiert? Okay, jetzt noch kein Auto mehr. Die sind viermal gestorben, oder? Nichts! Der ist offensichtlich. Der ist noch nicht so weit, oder? K.o. Sorry. Da sind Atmengen drin. Scheiß. Nein. Ich kann jetzt einfach die Nurhalter da unten stehen. I'll be back. Hat er geschrieben. Ja, Steppen, wir haben Moral. Nice. Der ist noch nicht mehr komplett grün jetzt wie der andere, aber er hat genug Zeit. Ja, ich muss schon nochtem Speckenedig. Ey, wie viel Florals hier stehen, Alter. Viele? Wie viel Florals? Wie viel Florals hier stehen? Wie viel? Wie groß dein Geld? Wie groß dein Geld? Wie groß dein Geld? Ich dachte, der geht jetzt auch rund ins Mann. Nein. Warte, dann farm ich noch. Hähter, dann komme ich noch 300.000. Dann komme ich. Dann kommt mein... Stefan wo bist du? an dem landübergang noch ja das ist ein riesen bot base mitten über den bergern nein es gibt doch einmal unten die brücke wo man rüber gehen kann alter das ist einmal oben der landübergang rechts ja das neben im airfield recht zum recht zum erfen du bist 2000 mit dem fernstück kommen ich hab schon zwei bots getötet die einfach quer übers feld zu mir gelaufen sind das sind voll die idioten aber du kannst ja nicht abschießen die treffen dich sofort das ist voll assi gemacht ich glaube da vorne steht auch ein urall der wurde nur abgeschlossen ich bin in gelben moral da steht noch ein blauer und noch ein gelber moral also was machst du ich bin das spiel um die rumprattet man automatisch geschossen jetzt er hat das ding nicht mehr nein also fisi 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 Menschen Du meinst doch hier, ähm, bei der 8. Kann ich da einfach drauf zufahren? Ja, ja, ich hab alles gelegt. Ich hab hier so einen Mini-Ural, den kann ich den reparieren. Stefft, du meinst doch diese Landzunge da, wo ein Kreuz ist und 8 steht, ne? Hallo, ich glaub ich hab grad überhandelt. Dann schießt er auf mich. Oh, da schießt einer. Siehst du den ausgebrannten Raga? Hast du gerade geschossen, Nico? Ja, wo bist du? Nein, ja, auf mich schießt er noch. Hab's gehört. Mit der Winchester? Ja, die Sorge. Alter. Dich vor die Straße entlang, ja? Die gepflastert hat. Das ist vielleicht gepflastert. Ja, ich bin jetzt schon längst drüber. Passiert? Niko, da wo die 8 dran ist, ein rotes Kreuz. Siehst du das? Links vom Old Hospital, unter dem Sepian Field, Airfield und rechts von Sepian. Da ist die, die der Landübergang. Nein. Jaaa. Okay. Noch mal 1000, ich muss probieren doch. Du, rechts. Sonik! Ja? Ja, komm auf. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe nicht richtig zugehört, ne? Ich weiß nicht, ob ich das richtig finde, sondern... Ja, du hast doch gesagt, da wo die 8 ist, das ist richtig. Ja, wo das Kreuz ist, da in der Mitte. Ja, das rote Kreuz, das ist nämlich diese Botbase hier. Okay. 1200 Meter bin ich da. Ich kann reparieren. Ich weiß selber. Ja, aber das ist doch... Das ist doch der Damm. Nein. Das ist diese riesen Landzunge, wo man einfach so geradeaus rüber laufen kann. Es gibt ja ne Brücke und hier einfach nur Landzunge. Ja, ich doch auch auf Steffen. Nein, da ist ne riesen Base, da kannst du nicht einmal durchfahren. Äh, Niko, äh, Koordinaten... Den mir Koordinaten. Äh, links dran 40, oben 66. Nein, 46. Links dran 40, oben 66. Ach, der Schott. Ach, der Schott. Sonneke, wo bist du? Okay, nochmal 1000 Meter zurück. Sonneke, wo bist du? 1000 Meter. Sonneke, ich fahre. Wo bist du? Ja, im Wald und ich fahre einfach straffend. Ja, du musst dir sagen, wo ich hinfahren soll. Ja, das ist einfach rechts und rechts. Das ist ein Raffelturm oder was? Das ist ein Raffelturm oder was? Das ist ein Raffelturm. Ja, das ist ein Raffelturm. Ähm, links Olt Hospital. Ja, scheiße. Also in die andere Richtung. Ja. Guck einfach nach dem Auto. Okay, dann fahre ich wieder rüber. Nein, der kann auch stüchen. Guck einfach nach dem Olt Hospital und dann nach rechts fahren. Die Straße. Naja, da kam ich hin. Echt? Äh, ist das die dicke Straße oder die kleine Straße unten am Wasser? Äh, warte. Ja, da ist der Raffelturm. Ja, ich hab das. Ja, ich hab's drungen. Ja, ich hab's drungen. Ja, du musst nochmal rauskissen. Ja, auch nicht in die ganzen Bugs. Ja, er schießt alleine als Auto fährt. Ja, das Auto fährt manchmal nicht mehr. Also jetzt brennt mein Uran. Ja, jetzt brennt mein Uran. Brennt mein Uran. Ja, das brennt mein Uran. Naja, was bist du bist, Alter? Ich hüpfe über, zog auf einmal. Nein, nicht gut. Da. Oh scheiße. Sonny, du kannst erst das Schlachtfeld sehen, wollte ich als ein Führer. Und den Bus darfst du nicht sehen, ja. Wer hat jetzt ein Auto? Ich hab den. Ich hab die Frage aus. Dann ist noch ein Oral, das vorneweg, das sehe ich. Ne, das ist ein Ausführer, das ist ein Ausführer. Ist der da? Ist der da? Warum findet man jetzt erst so viele Autos? Keine Ahnung, vielleicht ist er doch noch. Ich bin schon hier vorne, da, 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 da.